Jo, meine Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play Together Minecraft. Heute aber leider Gottes wieder mal eine kleine Session ohne Gern und 18, weil ich nehme die Session jetzt hier gerade am Sonntag um 14.50 Uhr auf. Das heißt, diese Session hier, was wir hier jetzt da machen, die muss heute noch raus. Das heißt, ich muss die noch rendern bzw. auch noch hochladen. Das dauert eh nicht lange, wird spätestens wahrscheinlich um 18 Uhr sowas draußen sein. Drum werde ich jetzt auch nur so 20 Minuten oder sowas aufnehmen. Das heißt, für uns jetzt, wir werden ja nicht allzu viel machen. Was ich eventuell jetzt planen könnte mal, wäre ja hier mal einen kleinen Zugang beziehungsweise schon einmal einen Weg. Machen wir hier eine Dreierbreite mal. Und da muss ich aber nur schauen, dass ich vielleicht... Boah, jetzt habe ich mich geschränkt. Bist du deppert. So, ich glaube, ich fliege jetzt runter. Weil wir haben ja hier Terraform betrieben. Und jetzt weiß ich aber allerdings nicht, inwieweit wir hier doppelt gemacht haben, den Boden oder nur einfach. So, jetzt haben wir hier eine Dreierbreite. Ist aber natürlich auch blöd. Eine Dreierbreite ist insofern blöd. Ja, oder wir machen es... Oder wir machen es anders. Ja, aber Dreierbreite ist immer blöd. Na ja, gut. Ist ja wurscht, ne? Vor allem insofern, weil wir ja hier vorne irgendwie... Ja, ein Gehege machen wollten. Gehege... Ich verstehe. Jetzt lasst es euch mal überlegen, wie wir das jetzt am blödesten machen. Was ist das jetzt hier eigentlich alles? Hallo? Was ist denn da passiert? Ach so, wahrscheinlich eine Creeper-Explosion. So, dann bauen wir das hier weg. Dann braucht ja keiner mehr. Ja, das war ein Creeper. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Da waren ja die Händel drinnen. Na gut, aber wenn ich jetzt zack... Oder nehmen wir den Weg von hier und gehen so rüber dann. Das können wir auch natürlich machen. Andererseits machen wir hier den kompletten Weg und dann hier rauf. Wäre es besser. Na, ist ja wurscht. Ich mache mal von hier weg. Mal eine doppelte Breite. Ich sehe ja ungefähr, wo sich der Eingang hier befindet. Das ist ja mein Vorteil. Und ja, wir werden jetzt da hin und wieder mal... Also wir werden jetzt einmal die Wege machen. Wir schauen jetzt einmal, dass wir hier größtenteils alles fertig haben. Und dann werden wir so... Ja, wie soll ich sagen? So 0850 Häuser bauen. Die im Prinzip keine... Ja... Wie soll ich jetzt sagen? Ähm... Keine großartigen... Ja... Sachen machen. Oder mit nichts beschäftigt sind eigentlich. Also so Alibi-Häuser werden wir hier wahrscheinlich bauen. Oh... Da geht es ja bis hier rein. Wenn wir da bloß zu machen müssen. Gut, dann heißt das, wir haben jetzt hier einen Weg angeknüpft. Die Frage ist es aber allerdings, ähm... Wie gehen wir da hier rein vor, ne? Weil ja das Problem ist ja, wir haben ja hier eine Dreierbreite. Und hier eine Zweierbreite vom Weg. That's the problem, Houston. Wir haben ein Problem. Na gut, ist ja wurscht. Weil... Dann gebe ich das hier auch gleich weg einmal. Und dann holen wir gleich die anderen Sachen. Ja, wie gesagt, wir werden dann in nächster Zukunft dann... äh, die Redstone-Lampen, die Verkabelung komplett machen. Das ist halt nur so ein Projekt zwischendurch einmal, ne? Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder kein Dingsbums. Keine Schaufel. Dann werden wir die Redstone-Verkabelung mit den Redstone-Lampen fertig bauen. Und dann, wie gesagt, so 0850 Häuser einfach hinklatschen, die keine besondere Bedeutung haben. Die einfach nur zu Zierde da sind. Ähm... Dass wir mal hier ein bisschen was verschönern. Ähm... Eventuell, der Big Manuel hat ja im Kommentar einen Vorschlag gemacht, ob wir vielleicht... Ähm... So eine Art Palmenhaus machen für die ganzen Bäume, die es gibt auf der Minecraft-Welt. Wäre natürlich auch ein guter Vorschlag. Das Problem ist allerdings, ähm... Ja, platztechnisch müsste ich mit Gernot noch bequasseln, beziehungsweise bereden, was er davon haltet, beziehungsweise ob er es überhaupt will oder wenn ja, wohin. Das entscheide ich nicht alleine. Da muss er schon mitentscheiden. So, meine Freunde, jetzt werden wir hier rauf gehen. Hier haben wir, haben wir noch genug Steinziegeln. Ja, haben wir noch genug Steinziegeln. Dann mache ich da dann mal so... Dann machen wir die 64, die 29 nehme ich sicherheitshalber mit. Und dann brauche ich noch von denen hier... Ja, sagen wir, zwei Stacks sollten reichen. Nehmen wir drei Stacks mit. Und die drei Stacks, die reichen auf jeden Fall einmal. Weil so großartig wird ja das hier nicht. Also der Weg wird jetzt nicht so großartig weit gebaut, ne. Nur, dass wir mal einen Anfang haben vom Weg. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Hier wachst und blüht und gedeiht alles. Das ist schön. Ja, ähm, das werde ich jetzt ja danach im Weg auch noch schnell machen. Ich werde mal ein paar Wassermelonen anbauen, statt den Kürbissen. Insofern nur deswegen zur Ziere, dass wir alles haben. Ähm. So war das geplant, ne. Ja. So, und dann bauen wir das hier wieder weiter. Ja, wie gesagt, nicht wundern, Freunde, wenn es hier heute keine spannende Folge wird. Also wie gesagt, 20 Minuten, mehr nicht. Weil, wie gesagt, ich muss das noch alles rendern. Und das muss ja heute noch fertig werden. Und das muss spätestens um 18 Uhr draußen sein. Damit heute überhaupt eine Folge rauskommt. Weil, ja, wir waren ein bisschen feiern da, Gennart und ich, die letzten zwei Tage. Und, ja, da haben wir halt übersehen, vergessen, beziehungsweise nicht vergessen, beziehungsweise, ja. Und, ja, wir haben halt übersehen, dass wir keine Minecraft-Aufnahmen mehr haben. Drum ist auch zum Beispiel an einem Tag nichts gekommen. Aber, ja, gut. Es ist ein Hobby, ja. Und ich sage einmal, größtenteils kommen eh zu 98 Prozent eh jeden Tag Folgen raus. Siehst, hätte ich ein 64er Stack mitgenommen, wäre es schon zu Ende gewesen. So, hier könnte man zum Beispiel dann eine Hütte herbauen, ne. Hier könnte man Hütten hinbauen, ne. Einfach nur so just for fun, ne, dass wir die Häuser quasi, dass wir das Leben hier in die Stadt reinbringen, ne. Stadt, Städtchen. Ich weiß nicht, ob das eine Stadt ist oder ein Städtchen ist, ja. Es ist halt ein Landdorf, ja. So, dann wenn wir das hier machen und so und so. Dann muss ich natürlich mal hier das wegbuddeln, hier das hier reingebänen. Das gleiche bis hier. Zack, zack, weg, weg. Und hier weg. Und da weg. Und dann werde ich sagen, hier weg und hier weg und hier weg. Und hier weg. Und hier weg. So, und so. So, und so, und so, und so, und so, und so, und so. So, warte, 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 warte. Da kommt das dann her. Dann hier bis da und hier eines, ne. Jawohl, ja. So, dann muss ich das hier wegrubben, weg. Dann kommt hier das genauso her. Ich weiß, die unteren sieht man nicht, das wäre wurscht im Prinzip. Aber, das ist mir genauso wurscht. Bis auf, dann machen wir das so. Genau, muss ja nicht unbedingt hier. Obwohl, so schaut es aber auch nichts schlecht aus. Ja, das lassen wir so. Das lassen wir so. So, dann das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Dann haben wir das hier so her. Dann haben wir das hier weg und das hier weg. Dann machen wir das so, so, so. Und so, und so. Und dann müsste ich eigentlich sagen, so und so. Einmal hier, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Und weiter weiß ich allerdings nicht. Warte, ich werde noch eins, zwei, drei, vier. Das werden wir noch machen, weil dann haben wir nämlich die komplett verwendet. Zack, 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 zack. Et voilà. Dann werden wir hier noch ein paar Fackeln hinhängen. Damit wir eine Wegbeleuchtung haben. So, dann kann hier nichts spawnen. Und dann rennen wir schnell nach Hause. Geben die Materialien weg. Und dann schauen wir mal, was wir hier schnell weiterbauen können. Jetzt warte ich einmal, bis es angeht hier. Hui, angegangen, angegangen. Schön. So, dann gehen wir hier einmal rauf kurz. Gehen einmal schlafen, dass hier keine Creeper kommen. Ach so, das ist das Bett von Gernhardt, genau. So, wenn wir mal schlafen gehen, werden wir den ganzen Grammuri, was wir da jetzt da eingepackt haben, schnell oben hinlegen. Und dann werden wir gucken. So, zack, zack, zack. Das brauchen wir alles nicht mehr. Die Stufen, dankeschön. Die Halbstacks kann ich hier reingeben. Gut, haben wir hier irgendwo Melonen. Ja, nehmen wir zehn Stück einmal mit. Machen wir mal sechs Stück Melonenkerne. Hoppala. Weil ich sage einmal, Kürbis, 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 die müssten da sein. Ja, Kürbis haben wir eh genug daweil. Für Kürbiskuchen. Kürbiskuchen, Kürbiskuchen, Ofenkartoffeln. Sind die fertig schon? Ja, Ofenkartoffeln, die sind schon fertig gebacken. Gut, dann heißt, ah, dann, 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 dann werden wir mal kurz rüber wandern. Zum Gewächshaus, zum Glashaus. Und werden dort einmal kurz eine Riege Kürbisse abernten. Und stattdessen Melonen hingeben. Dass wir das hier auch mal haben. Und wieso wachsen die nicht weiter? Das ist die gute Frage. So, wo, ich habe keine Ahnung, Alter, ich habe keine Ahnung. Weil im Prinzip müsste ich dann Eimer mitnehmen. Müsste ich Eimer mitnehmen und sagen, okay, wir trennen das jetzt und machen da hinten so eine Trennung. Oder wir machen diese Riege hier aus Melonen. Weil hier habe ich eh doppeltes Feld und doppeltes Feld. Und dann sage ich, hier mache ich Melonen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn bräuchte ich dann. Naja, sechs habe ich ja mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Genau, dann mache ich da die Riege aus Melonen. Und hier Kürbis. Also die mit Kürbiskerne brauche ich eh nicht. Tschüss, Baba. Weil daraus kann ich eh nichts machen. So, tschüss. So, jetzt haben wir 15 Kürbisse. Mit den 15 Kürbissen gehe ich jetzt mal wieder ins Lagerhaus und hau die mal rauf. Oder soll ich die ganzen Melonenkernen jetzt mitnehmen auch von oben? Das ist jetzt eine gute Frage. Ah, wurscht. 15 Stück habe ich. Sechs habe ich anpflanzt. Das heißt, ich brauche noch neun Stück. Rein theoretisch. Habe aber nur vier Stück mehr. Ja, ist ja wurscht. Machen wir dann noch Kürbis, äh Melonensamen. Dann gehe ich jetzt einmal runter. Ähm. Äh, da runter dann. Und schauen wir mal, wie weit wir da sind schon. Weil im Notfall müssen wir dann halt noch ein bisschen kloppen, kloppen, kloppen gehen. Warte, ich baue mal das schnell hier an. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ein bisschen was fehlt uns. Ja, da bitte nicht aufsammeln. So. Warte mal, ich muss mal kurz husten. Hallo, hallo. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder richtig eingestellt. Und wenn wir mal hier reingehen. Hier haben wir den Bahnhof. Das ist eh gut. Das ist ja, das passt einmal. Genau, ich erinnere mich. Da haben wir schon alles fertig. Und wenn wir hier runter gehen, glauben wir, wir stürzen in die Schlucht, weil hier ja alles aus Glas ist. Ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Okay. Das heißt, wir haben hier dann quasi noch was zu tun. Und zwar einmal die Höhe hier oben. Und die nehmen wir jetzt einmal schnell raus. Dauert ja nicht lange, dauert ja nicht lange. Mit der Spitzhacke überhaupt nicht. Das ist das Schöne. Da geht's klop, 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 klop. Und fertig sind wir. Weil dann kann ich nämlich endlich einmal die Bahnstrecke da einmal fertig bauen. Dann haben wir nämlich endlich einen Zugang oder eine Bahnstrecke von, sagen wir mal, von unserem Bahnhof. Beziehungsweise von unserem Hauptdorf. Zum Bahnhof. Das ist ja nicht einmal so schlecht, meiner Meinung nach. Dann haben wir es nämlich unterirdisch verbunden und oberirdisch mit der Brücke eben, zum Gästedorf zum Beispiel und auch umgekehrt. Ist halt schön, da kann man sich aussuchen. Lauft man oben oder unten. Wenn es Nacht ist, kann man zum Beispiel mit der Bahn fahren. Wenn es Tag ist, kann man ja oben wandern gehen zum Beispiel. Es ist ja relativ gut, wenn man alles ober- und unterirdisch verbunden hat. Und da müssen wir mal auch in Neta gehen einmal wieder und schauen, was uns im Neta erwartet. Weil da müssen wir ja auch ein bisschen Festung fertig bauen und den Weg bis zur Festung etc. So, müssen wir hier rein, jawohl. Geht ja schön, geht ja schnell. Und wie gesagt, in der nächsten Aufnahme dann wieder mit G18 und mit ein paar Themen wieder am Start. Nur jetzt, wie gesagt, gibt es dabei noch kein Thema. Weil jetzt muss ich hier mal bauen. Und das wird tricky, 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 tricky. So, das ist jetzt da nur einfach, warte mal kurz, das war das hier, so. Genau. Dann können wir das hier wegkloppen. Und ich sehe da hinten schon den Bahnhof. Das heißt, wir müssen einfach nur mit Kerzen gerade arbeiten. Und dann wird es das auch schon. Und dann noch eigentlich links und rechts die Mauern runterreißen, wegreißen. Und ja. Ja, das war es dann eigentlich im Prinzip. Links und rechts die Mauern wegreißen, wieder Holzstüffchen. Ui, da brauchen wir wieder Holz, wieder Holzstüffchen. Da müssen wir wieder Holzfarmen gehen. Das eine ist ja, glaube ich, auch noch nicht fertig, die eine Wegstrecke zum Gessedorf. Muss ich auch endlich einmal fertig kriegen. Na, zum Gessedorf ist, glaube ich, schon fertig. Oder? Zum Gessedorf? Na, Skelettsporn ist, glaube ich, fertig. Gessedorf ist noch offen. Oh, das habe ich ja da schon. Sehr schön. Wunderprächtig. Und was ist da? Achso. Heißt das jetzt, muss ich jetzt noch eines oder gehe ich da in die Tiefe eines? Das ist eine gute Frage. Gehe ich jetzt da eines in die Tiefe oder? Ich würde einmal sagen, ich gehe da eines in die Tiefe, oder? Weil das ist eigentlich ziemlich ork. Eins, zwei, drei, das Bastard. Und dann würde ich sagen, ich gehe da eines in die Tiefe. Und dann kann ich nämlich hier, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Eins, zwei. Eins, zwei. Kann ich nämlich hier sagen, hier, ne? Und dann gehe ich hier, zack, in die Tiefe rein. Runter. Na gut, dann muss ich hier eigentlich die Mauern, die Seitenmauern weggeben. Also das ist eins hoch hier, ne? Richtig, dann muss ich das jetzt einmal zubauen. Warte, dann mache ich das anders. Hoppala. Dann mache ich das anders. Und zwar, wie mache ich denn das am schnellsten, dass es am schnellsten geht? Naja, Riege für Riege am besten, ne? Gut, aber ich würde mal sagen, das mache ich dann in der nächsten Aufnahme weiter. Jetzt will ich nur kurz einmal schauen noch. Dann machen wir das, dann machen wir das in der nächsten Aufnahmesession quasi weiter hier, ne? Dann machen wir hier das alles zu und dicht. Siehst du, da muss ich das auch noch raushauen. Und hauen das Holz und doch diesen Stein hier ersetzen. Und dann müsste ich eigentlich auch anfangen, schon langsam den Bahnhof, das, was wir hier gestaltet haben, auf die Seite hier auch noch zu übertragen. Aber ja, das machen wir dann alles schön langsam, schön ruhig, ne? Wie gesagt, das wird noch eine größere Baustelle werden hier. Und ja, meine Freunde, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. War ziemlich kurz, sag ich jetzt einmal, schnell, ne? Eine Last-Minit-Session-Aufnahme, ihr kennt das ja eh. Okay, und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play Together Minecraft. Heute leider kein Together, wie gesagt, weil es eine Last-Minit-Aufnahme war. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, Freunde, tschüss. Wenn wir aber noch nicht sehen, anderes haben! Ich hoffeanız �fen, dass wir hier wieder tun können.